hallo leute ja wir sind hier an dem lager wo die jetzt gerade tatsächlich ein bisschen anders stehen einer ist weggefahren da ist der aufgerückt aber da müssen wir jetzt gucken dass wir das ein bisschen besser organisieren weil irgendwie klappt das ja nicht so wie ich mir das vorstelle also die stehen zwar jetzt hier schon passend aber der wäre vielleicht besser da müssen wir gucken wie die termels hier bedienbar sind ich würde sagen nach dem logo schauen wir auf dem großbildschirm weiter wie es geht so jetzt müssen wir eigentlich hier konfigurieren terminals hier sieht man ja schon dass das hier falsch ist 41 und da 1 und 2 wir müssen gucken dass das hier auf 1 ist da müssen wir linie 1 und das mal terminal 4 jetzt müssen wir uns das mal angucken wie das so ist oder das so richtig funktioniert ich habe aber keine ahnung er ist noch mal neu hin und her gefahren um dann terminal 4 anzufahren und da gibt es aber nichts machen wir gerade schnell wo der hat sogar hinten die türen offen damit beladen werden kann ist auch cool ne also den werden wir jetzt hier mal wegschicken das macht ja so keinen sinn also nächste was ist doch er hat vier werkzeuge geladen na dann geht es ja vielleicht ne und wie bekommt er jetzt er hat schon mal sieben kriegt er noch welche dazu dann ja acht keine ahnung wo er die weg gekriegt hat wie ist denn hier mit weg fahren dann und so ich glaube das passt jetzt aber oder er bringt holz dadurch kann hier produziert werden und hier gibt es dann mehr sieht erstmal gut aus ne er kriegt jetzt auch was wie sieht es denn hier aus das ist das ganze holz was hier liegt okay dann haben sie noch viel zu tun ja produktion geht jetzt hoch bis auf 100 versand 18 transport steht hier auf 0 ok der fährt weg wie viel hat er denn drinnen 16 die hälfte also erst hier steht das jetzt auf 70 steigt aber noch versand steht auf 18 hier wird sogar auch was angeliefert jetzt wie wir hier sehen die werkzeuge sind da ja 80 geht hoch das heißt die produktion wird auch steigen oder wenn ihr der transport richtig funktioniert im lager 89 konsum 85 sieht erstmal gut aus ne so lieferanten aber giesenhorst schämmerhof das ist hier hinten ok und hallendorf ist auch auf der anderen seite der karte bringt also auch nichts und keter ist müder ist auch auf der anderen seite das heißt hier wird sich nichts ändern das lassen wir so wie es ist weil andere anfahrtswege viel zu weit sind jetzt müssen wir mal gucken die brauchen natürlich andere sachen hier hier fährt auch ein bus tatsächlich schon durch die gegend linie 32 den sieben stück wo ist das ok das ist die zufahrtslinie alles klar dann passt das erstmal da stand noch war noch einige jetzt drin gut dann können wir das auf jeden fall so lassen ich glaube hier wird brot angeliefert hier wird diese werkzeuge angeliefert hier wird auch glaube von denen hier das der treibstoff angeliefert das heißt nur das hier fehlt uns also brot steht tatsächlich doch nicht hier aber eigentlich müsste das auch gebracht werden oder hier ist drei von neun jetzt hier komplett gerade entladen irgendwo das läuft das heißt wir müssten jetzt hier nur diese kiesel die ziegelsteine haben aber wo werden ziegelsteine gemacht ne weiß ich auch noch nicht wo hier klestenbau auch ziegelsteine wahrscheinlich werden die hier produziert oder was hier ist ein kohlebergwerk das ist das auch eins ne ja kohlebergwerk 2 kohlebergwerk 3 wahrscheinlich obwohl es keins ist also ein erzbergwerk hier gibt es öl da auch ich glaube die ziegel werden irgendwo gebrannt oder hier wird das auch alles gebraucht ich habe jetzt auch keine idee wo die her kommen könnten ne alle lieferanten ah hier guck da passiert es aber ich sag mal falsche ecke von der karte auf jeden fall für hinten wenn ne hier für Giesenhorst ist das Albenstock aber das ist gar nicht so weit weg von Albenstock ne Straße dahin gibt es aber gerade nicht ne Albenstock selber braucht das nicht ja hier ist eine Haltestelle hier ist nur Personen und da hinten ja da hinten ist Waren Anlieferung das könnte man natürlich ausbauen mit dem Lkw von da nach da und dann durch die Weltgeschichte fahren oder bis hier hinten hin hier wäre auch ein Frachthafen und dann nach da fahren wäre eine Option ne und Kettemassmühle braucht das auch kann man also auch noch ein Frachthafen vielleicht hin machen obwohl von einem Stock bis dahin könnte man rein theoretisch auch obwohl ist auch weit aber doch da könnte man eine Zuglinie auf jeden Fall machen die dann sich rentiert schon alleine dass man dann Verkehr auch aufbaut ne also den ganzen Tag schon was ist das denn hier? Achso da wird gerade gebaut gut Geld ist auch da wäre jetzt tatsächlich die Option gleich zu sagen komm wir bauen hier was ein Zug Gleise machen wir gleich die schnelleren Gleise können wir das gleich hier lang machen auch nicht möglich ist schon mal gut weil wir sollten erst einen Bahnhof bauen Gebäude Passagierbahnhof Kopfbahnhof ne einen durchgehenden Bahnhof würde ich gerne haben wollen Transportlöwe erreiche im freien Spiel einen Kontostand von 100 Millionen oder mehr ok haben wir geschafft da ist schon eine Kollision das heißt wir müssen den Bahnhof vielleicht hier hin bauen und machen wir gleich ein paar Gleise mehr 4 ist schon gut Länger machen wir gleich volle Länge da ist die Hochgeschwindigkeit Oberleitung ja sieht erstmal gut aus oder kostet nur 2 Millionen geht auch vielleicht sollten wir das noch ein bisschen anders legen so oder da vielleicht das Gebäude nach da würde ich jetzt erstmal so machen Gleise bedeutet dann so haben wir irgendwie schon wieder nicht geschafft die Gleise ok das hat nicht geklappt fahren wir erst gerade raus oder ja so passt es auch so passt es auch so passt es auch so passt es auch und dann würde ich es hier nochmal durcheinander machen wollen fahren wir erst noch ein Stück gerade fahren wir erst noch ein Stück gerade fahren wir erst noch ein Stück gerade so ist schon mal gut oder reißen wir noch mal ab die Gleise hier das sieht jetzt nicht so prickelnd aus ne das sieht jetzt nicht so prickelnd aus ne warte man da haben wir auch noch was hier falsch ne ja oh man auch nicht möglich hier ist doch auch schon mal schief gelaufen oder so und dann würde ich gerne von da nach da und von da nach da geht schon wieder nicht mehr ne so das heißt jetzt können sie kreuzen oder ja sieht so aus als ob das geht können hier rein fahren können da rein fahren müsste eigentlich gut funktionieren soweit so und dann kommen sie von da nach da hinten ja das sieht doch gut aus oder das ist ne Brücke gerade gewesen ok ok geht gut einem Stock hier hin oder und da ist schon wieder ne Brücke ey wo ist einem Stock da lass uns dann hier eine Bahnhof bauen nochmal so vielleicht oder ja war jetzt natürlich wieder mal falsch ne vom Dingens her aber das ist jetzt egal mal warte mal welches Gleis haben wir da jetzt gezogen das linke oder das rechte das rechte gut dann ist das auch das was da dran kommt das hat ja gut geklappt ne ja super ja super ist angeschlossen ja geht geht nicht auch gut so rum geht es wieder auch sehr interessant nochmal hier eine Weiche die so rüber geht und und andersrum auch nochmal passt ok ok das heißt das ist jetzt eigentlich schon angeschlossen ne lass uns da noch eine Straße ran machen so Bahnhof ist angeschlossen jetzt müssen wir nur gucken dass der Bus dann dahin kommt und hier ist einer ja das schließen wir Linie 40 Linie verwalten Hauptstraße ist da ok von der Hauptstraße machen wir dann oder Grüner Weg grüner Weg ja mach da einfach noch einen Halt hin dann ach da müssen wir noch eine Haltestelle bauen dann klappt das auch ne Gebäude Bus Haltestelle Bus und Trump Station ok zack so haben wir die auch schon Straße brauchen wir nicht ne können wir schließen Linie nochmal verwalten Haltestelle hinzufügen die Oberalbenstock passt sowas erledigt jetzt ist natürlich hier keine Verbindung vom Zug her gesehen ne das ist hier aber das Depot das heißt wir können jetzt eigentlich schauen dass wir den Bahnhof hier einfach weiter ziehen oder ja ja geht das so schnell rüber ja Krümmung zu groß ne noch nicht gut ok dann muss das so erst raus und dann da drüber auch nicht möglich ok 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 und hier kreuzweise passt passt und da sehe ich schon dass da wieder eine Brücke gebaut worden ist da passt wo ist denn jetzt hier unsere Zuglinie da auch nicht möglich auch nicht möglich und warum nicht ach hier ist ein Spur hin da ist schon zweispurig auch interessant gut und machen wir da so 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 und und kollision steht da so passt jetzt jetzt nur kurz gucken das zu und das muss hier eine Kreuzweiche werden ja Doppelweiche ne das heißt der kann da lang fahren kann da lang fahren das reicht erstmal da Lok schuppen Fahrzeug kaufen Zugkombination elektrisch welcher Zug soll denn da fahren Regional Express Pendelzug oder hier sind es 144 hier sind es 99 hier 162 und 98 diese sind am meisten kostet uns 48 Millionen hätten wir wieso kann ich den nicht ach so hinzufügen dann kann ich den erst kaufen neue Linie und zwar von da nach da so der kann schon fahren aber hier müssen wir noch einen Bus anschließen glaube ich dann brauchen wir hier noch eine Bushaltestelle Gebäude so passt's Busvorplatz ne geht und welchen Bus haben wir jetzt hier da ist gerade Linie 2 das ist vielleicht nicht so ideal Linie 2 ist hier im Ort oder was sieht wohl so aus sieht wohl so aus Linie verwalten Nebengleis ist da dann da dann da Kiefernweg das ist auch eine doofe Ansicht ne hinzufügen da neue Straße ist da fährt dann nach da und dann nach hier unten ich glaube das ist gut so oder hier steht natürlich noch keiner weil Zug fährt ja noch nicht ne oder doch Zug fährt ja schon fährt ist fährt ist schon hier aber Zug ist schon hier fährt aber ist okay wir fahren ziemlich schnell sehe ich gerade das machen wir vielleicht mal langsamer äh jetzt die Frage wann kommt hier der erste das erste Fahrzeug an und äh 75 und wir haben nur ein Fahrzeug drauf oder was Linie verwalten dann ne Fahrzeuge verwalten okay das ist wohl vielleicht ein bisschen schlecht wenn da so viele Passagiere gerade standen oder 49 das heißt das Fahrzeug klonen alle Fahrzeuge klonen als wären es vier okay dann können wir das so lassen weil hier stehen auch schon ganz viele ne da müssen wir was tun oh da stehen die ersten zwei das ist schon mal gut mit Zug kommt auch gerade an und nimmt dann zwei mit und hier am Bahnhof steht noch niemand der steigen jetzt die zwei dann ein und der fährt dann gleich zurück oder 1 2 und der fährt wieder das ist schon mal gut und hier ist auf Linie 40 niemand und hier steht auch niemand und hier stehen schon welche und ich glaube wir haben jetzt hier die Schifffahrtslinie natürlich außer Kraft gesetzt mit dem Zug der fährt natürlich schneller aber jetzt ist doch die Frage kannst du dieses hier abbauen oder das andere abbauen ne hier steht gar keiner ne und hier stehen 48 oder 57 50 oh man naja wir sind schon ganz lange unterwegs wir machen erst hier wieder einen Cut ich bedanke mich recht herzlich fürs zuschauen würde mich freuen wenn ihr das nächste mal auch wieder mit dabei seid falls ihr noch kein Abo habt macht falls euch die Folge gefallen hat gebt einen Daumen hoch macht euch die Glocke an kriegt damit wer ich das nächste Video hochlade gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen wir sehen uns in der nächsten Folge bis dann Ciao aber ich klone mal gerade hier noch ne das Fahrzeug hier zweimal weil das kann es dann nur sein wahrscheinlich wisst ihr Bescheid bis dann Ciao bis dann